Hallo! Falle ich jetzt hier alleine oder kommt noch jemand? Hallo! Ich hoffe, dieses Mal hat es ein paar geile Typen für mich hier. Sonst würde ich echt wütend. Wir sind jetzt schon eine Family. Wir sind eine richtige Family zum Kotzen, ey. Ach was, du ***! Freut mich übertrieben, Leute! Das ist eine geile Party! Die *** ist wie scheißegal. Mach keine Scheiße, Mann! Du bist bekloppt, Mann! Mach aufs Falsch! Hast du eine Freundin? Nein, nein. Das wusste ich nämlich nicht, sonst würde ich so was gar nicht machen. Das wusste ich jetzt nicht... Das wusste ich Ihnen, wenn ich gleich noch ein paar Jahre hinbekommen bin. Das russ kriegst du ... Das wusste ich nicht.